Jo, hi Leute! Willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute in diesem Video werde ich eine Runde Mario Party Superstars spielen. Und ich werde eine Runde spielen mit Spielen Nator, Iregio und Mxplosion. Und ja Leute, ich wünsche euch dann auch an dieser Stelle viel Spaß mit dem Video. Übrigens Leute, man sieht auch bei den Charakteren, wer Bär ist. Und oben links beim Rahmen seht ihr auch noch, wer Bär spielt. Let's go! Wollen wir in der Geburt feiern? Wer wurde geboren heute? Deine Niederlage wurde geboren. Oh! Pflanze! Oh, er investiert direkt. Oh, Junge, der scheiß Schweizer hier. Boah, bin ich noch drauf? Ja, oder? Oh, oh! Nein! Jo, was? Seemützer! Was? Seemützer! Seem? Na dann. Ich kann mir nicht mal das Feld... Ich darf mir das Feld nicht mehr kaufen. Oh, Mann. Oh, Mann. Hä? Braucht es! Hey! Nein! Gib her! Gib mich! Was ist das? Junge! Gib doch! Jawohl! Gunhawk! Tamam, 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 tamam! Hey Leute! Wie geht's rein in das Spiel? Alter! Wie kann ich nur einen Punkt haben? Ich hab immer noch null Müfft! Ja, dumm! Dumm! Ja, ich bin dumm! 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 Ah, ne, ist gut. Das geht doch nicht! Ja! Oh mein Gott! Der letzte! Nein! Der letzte! Ähm, let's go! Wah! Pschschschschschsch! Hahaha! Hahaha! Wo ist der Stern nochmal? Warte, ich zöger es ein bisschen hinaus. Hahaha! 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 Hab ich noch irgendwelche Optionen, ich weiss ja nicht. Oh Mann, Jan hat einfach einen München zu wenig. Jan ist die 10, ach! Das Spiel trollt mich einfach, auf gehts. So, los, 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 Leute! Hau rein, Pflanze! Mach doch! Pflanze! Mach doch! Komm schon! Hä, die kommt ja gar nicht nach vorne! Äh, chillig! Äh! Jetzt tut mein Daumen weh und ich hab nicht mal gewonnen. Ich hatte viel Blumenlotterie. Mal schauen. Ach, bei der Nuss kommt es nicht auf die Größe an. Scheinbar ja schon, ist in Ordnung. Ey, dieses Bowser-Kostüm sieht ja so ultra cool aus. Äh, wie lächerlich! Wie lächerlich! Was? Wo, hä? Junge, das ist ja gar nicht gebalanced. Ich hab ja nicht den Hauch einer Chance. Was ist da passiert? Ich glaube, ich habe Lust auf einen Piers. Piers? Piers! 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 Ja, alle auf mich, oder was? Oh mein Gott! Beste Leben! Nein! 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 Ach, das ist ja meins! Was passiert jetzt? Ach, ich krieg einfach was geschenkt. Ach, das ist doch schön. Ach, ich kann sogar... Oh! Natürlich! Boah! Ich degrade it ab, Alter! Junge, was passiert hier? Hab Angst vor diesem Feld. Juuu! 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 Ja, in der Falle einmal vorbei! Ein Stern!? Ein Stern? Was? So, Donkey Kong kommt jetzt einmal bei mir drauf, habe ich gehört. Donki? Mach ne. 5.6. Geil. Donki. Bitte. Come on. Ach komm. Nein, du Bastard! So ein fixer Marino. Was? Das gibt's nicht! Was? Peek? Peek? Come on. Was? Hä? Ich liebe dieses Spiel, es ist so cool. Tschüss, Yoshi. Aber wann wird das Spiel mal schwer? Okay, Game ist der Erste der Sterne. Wie doch du oder? Du Arsch! Das ist wie immer okay? Freundschaft, hallo! Freundschaft! Jaja, Junge. Also ich hab's gerade echt angenehm. Oh, abgesehen! Alter! Warum bin ich so? So fett, Alter! Junge, diese fette Donkey Kong Hitbox bei dem Spiel ist so belastend, wenn man da hinlaufen ist schon Donkey Kong. Ist! Ah! Jo! Was ist das? Was ist das? Hä? Wie hätt ich das machen sollen? Ich bin direkt nach links oben gelaufen. Komm, würfel einfach eine 2 oder so und da... Oh nein. Nein! Du Bastard! Du Bastard-Spiel! Oh! Du Bastard-Spiel! Oh! Kommst auf dem Feld? Du Bastard-Spiel! Du Bastard-Spiel! Du Bastard-Spiel! Du Bastard-Spiel! Du Bastard-Spiel! Du Bastard-Spiel! Das ist so ein fucking Betrug! Warte! Warte! Was? Das ist der größte Betrug in der Geschichte der Menschheit! Tim, komm her! Das ist so ein Betrug! Das ist so ein Betrug! Komm her! Verzeihung! Hä? Auf geht's! Lächerlich! Lächerlich! Okay, krass! Jetzt kommt die Sieger, Alter! Glitzer-Bonus! Komm her! Gönn doch! Nein! Das ist so ein lächerlicher Betrug! Dieses Scheiß-Arschloch-Dreckspiel, Alter! Nee! Gib doch einen Minispiel-Stern, du Bastard! Und der geht an... Digno! Was? Was? Alter, Donkey Kong ist richtig am Beten! Gönn doch! Du kannst schon mal dich verpissen! Ja? Ciao, Tim! Bitte! 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 Nein, nein, nein! Nein, das bin ich! Bitte! Nein, du dreckiges Scheiß-Spiel, Alter! Guck mal, gib doch einen Minispiel-Stern, du Bastard! Was für Flitzer-Bonus, Alter! Guck mal, gib doch einen Minimal-Stern! Guck mal auf! Guck mal, gib doch einen Minimal-Stern! Vielen Dank.